Das Immunsystem ist das körpereigene Abwehrsystem. Der Körper hat grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten, auf Angreifer zu antworten. Einmal mit der unspezifischen Abwehr. Das heißt, alle Zellen, die für Abwehrfunktionen zuständig sind, vermehren sich. Man kann diese unspezifische Abwehr sehr gut anregen mit Mitteln, die das Ganze unterstützen. Da denkt man an Echinacea, an Propolis, an Mischungen, die entsprechend das Immunsystem hochpushen, auch an Gladiator Plus. Und es gibt die spezifische Abwehr. Das heißt, der Körper wurde schon mal mit Keimen konfrontiert, egal ob Bakterien, ob Viren. Hat sich ganz speziell gegen diese Keime gelernt zu wehren. Und kann das im Wiederholungsfall bei einer neuen Infektion abrufen und sagen, jawohl, den kenne ich, den kann ich sofort bekämpfen und sofort in den Griff bekommen. Das ist natürlich der optimale Fall. So eine Reaktion möchte man gern durch Impfungen erreichen, dass der Körper einfach vorbereitet ist auf bestimmte Infektionen. Wichtig ist, dass das Immunsystem an sich intakt bleibt. Die Grundlage dafür ist eine sehr gute Darmfunktion, auch Besiedlung mit entsprechenden Darmkeimen, weil sehr viel über das Darmlymphaticum, über die Lymphbahnen, die den Darm entsorgen, abgewickelt wird. Wenn der Darm gestört ist durch Bombefall, durch Infektionen, durch Futterüberlastung mit Stoffen, die er nicht verarbeiten kann, ist auch das Immunsystem geschwächt. Das heißt, wir müssen immer schauen, das ist die Grundlage jeder Therapie, dass das Immunsystem intakt ist. Dass es adäquat reagieren kann, aber es soll natürlich auch nicht überreagieren in Form von Allergien, weil es zu sehr überreizt wurde. Also unser Ziel, es soll ganz normal gut funktionieren können und wir können das Ganze unterstützen. Also unser Ziel, es soll ganz normal gut funktionieren können und wir können das Ganze unterstützen.